Guten Abend liebe Leute, es geht rein in die Ergebnisse der fünften Woche des Jahres und ja, let's go Liga 15. Zwei Spiele gespielt, wir haben mit Turt Sandwich, der 2-1 gewinnt gegen Konto und Amarok gewinnt 2-1 gegen Elsami. In der Tabelle jetzt nach 4 bzw. 3 Spielen, mal gucken ob das noch alles so klappt. Turt Sandwich vorne, dann kommt Konto, Elsami und Amarok mit 2-2 und Goldfinger und Padrone im Moment noch ohne Siege. Liga Nummer 14, Senju gewinnt 2-1 gegen Akuro, Dominator 2-0 gegen Lady Asilis und Blechfaust 2-0 gegen Affenlatte mit Deathwin. Und damit im Moment auch eine sehr ausgeglichene Liga insgesamt, Blechfaust, Dominator, Affenlatte und Senju alle mit 2-1. Lady Asilis erst mit einem Sieg und Akuro noch ohne Sieg, mal gucken ob das noch klappt. Liga 13 gab es keinen Cast die Woche, Liga 12 aber. Da haben wir Güffel mit 2-1 gegen Joel, wir haben den Lässigen Lurch mit 2-1 gegen GFG und Buggy 2-1 gegen Timothy. Und ja, das war auch erst der dritte Spieltag, teilweise eben jetzt zwei Spiele gespielt, dadurch dass es sieben Leute sind und immer ein freier Spieltag. Buggy auf 1, Lässiger Lurch auf 2, GFG auf 3. Die mit positiven Bilanzen sagen wir mal, Chris 2 mit 1-1 in der Mitte und Timothy, Güffel und Joel auf den unteren Plätzen. Spieltag Nummer 2 und 3 in Liga Nummer 11 und zwar ja ein Def Win für mich. Puyo gewinnt 2-0 gegen Raggi und Lucky Luke gewinnt 2-0 gegen Würmchen. Und am dritten Spieltag gewinnt Würmchen 2-1 gegen Puyo. Ich gewinne 2-0 gegen Raggi und Madman gewinnt 2-1 gegen Lucky Luke. Tabelle im Moment, ja auch hier, drei, vier Leute mit 2-1. Ich, Puyo, Lucky Luke und Würmchen. Dann Madman und dann Raggi im Moment noch am unteren Ende. Liga 10 auch noch kein Cast, aber da wird wahrscheinlich dann, ja, Spieltag 4 und 5 zusammengecastet am Schluss. Gucken wir Liga Nummer 9. Da haben wir nämlich den vierten Spieltag gecastet mit Guto, der 0-2 unterliegt gegen Mack. Mukitos gewinnt 2-0 gegen Phoenix und De Schwarz gewinnt 2-0 gegen Neku. In der Tabelle haben wir drei Leute mit 3-1, nämlich De Schwarz, Mack und Mukitos. Also da wird es am letzten Spieltag nochmal, ja, ganz interessant würde ich sagen. Guto mit 2-2 ist auch so ein bisschen Schlagdistanz, aber da muss er schon sehr viel Glück haben. Neku ein Spiel, äh, ein Spiel gewonnen, drei verloren bisher und Phoenix, ja, wir sehen ihn schon ganz unten, ist noch sieglos. Liga Nummer 8 haben wir mit einem Sieg von Mint Crystal. 2-0 gegen Lelis, Nighthawk gewinnt 2-0, das TVT gegen Hully Mully und Fenwick gewinnt 2-1 gegen Riegel. Und die Tabelle sagt, Mint Crystal im Moment noch ungeschlagen, erster Platz. Dann Nighthawk und Fenwick mit 2-1, dann Riegel und Hully Mully mit 1-2 und Lelis. Auch hier sogar noch ohne Map-Win. Also da können wir mal die letzten zwei Spieltag noch die Daumen drücken, dass er da noch was holt. Gehen wir weiter in Liga Nummer 7. Da haben wir LeComplete mit einem 2-0 gegen Song. Wir haben Gubenhubert mit 2-1 gegen Pulsar und Herold holt ein 2-0 gegen Andi. Und ja, Gubenhubert, die Überraschung der Saison oder die Überraschung der Liga. 3-0 ganz vorne, LeComplete mit 2-1 auf Platz 2 und dann alle mit einem Sieg, nämlich Herold, Pulsar, Andi und Xung. Liga Nummer 6 gab es diese Woche keinen Cast, aber in Nummer 5. Da sind wir wieder mit dabei. Panzerfahrer gewinnt 2-1 gegen Kuhmaker, Unknown gewinnt 2-0 gegen Main und Mr. Cannons gewinnt 2-0 gegen Sharkyo. In der Tabelle haben wir drei Leute mit 3-1, also da jetzt auch einen guten Kampf am letzten Spieltag. Unknown, Main und Mr. Cannons streiten sich da um die ersten Plätze. Und dann haben wir Sharkyo mit 2-2, Panzerfahrer mit 1-3 und Kuhmaker mit 0-4 aktuell. Aber auch drei Maps geholt, also ja, gewinnt hier oft knapp, äh, verliert hier oft knapp, so rum. Liga 4 gab es keinen Cast. In Liga Nummer 3 haben wir Käsekuchen mit einem 2-0 gegen Luke. Terxel mit einem 2-1 gegen Seth, Finant 2-1-Sieg gegen Aylith. Und die Tabelle sagt Käsekuchen auf der 1, dann Terxel auf der 2 auch noch mit 2-1. Dann die 1-1-Gruppe mit Musti, Finant und Seth. Luke mit 1-2 auf dem sechsten Platz und Aylith im Moment noch ohne, ja, Serious Win. Wobei man sagen muss, er gewinnt immer, er verliert immer 2-1. Aber bisher hat die Serie noch nicht geklappt. In Liga Nummer 2 gewinnt No Mercy mit 2-1 gegen Varys. Sharkyo bei 2-0 gegen Marek. Erssi 2-1 gegen Tralabob. Und Perubi 2-1 gegen Joan Hart. Die Tabelle sagt Sharkyo bei noch ungeschlagen auf Platz 1. Dann kommt Perubi mit 3-1. Dann kommt die 2-2er-Gruppe mit Joan Hart, No Mercy, Erssi und Marek. Und auf Platz 7 haben wir Varys mit 1-3 und Tralabob noch sieglos auf der 8. In Liga Nummer 1 gewinnt Frisk mit 2-1. Ja, Venture ist mehr oder weniger raus hier. Winkel, deswegen 2-0 Deathwin. Wir haben Suu mit 2-1 gegen Zagrash und Hateme mit einem 2-1 gegen Serakis. Und ja, aktuelle Tabelle spiegelt schon ein bisschen das wieder, was man so vorher vielleicht gedacht hat. Frisk und Hateme vorne, alle noch umgeschlagen. Dann kommen Zagrash und Winkel mit 2-1. Serakis und Zun mit 1-2. Shebby 0-3. Und Venture, wie gesagt, ganz unten gerade. Und dann sind wir mit der Replay-Liga durch und gucken mal rein in den ESL Open Cup. Da haben wir einen Sieger in Europa bei Nummer 160. Der heißt Hero Marine. Wir haben Showtime im Viertelfinale. Wir haben Foyumi im Achtelfinale, also auf 16. Und dann haben wir keine weiteren, die ich jetzt gerade noch sehe. Deswegen gehen wir in den Americas Cup und sehen. Ah, siehste. Auch hier hat Hero Marine gewonnen. Im Finale 3-1 gegen Suu. Aber sonst sehe ich... Ach doch, da oben. Terxel. Da haben wir noch einen. Terxel, die weckt in Ordner 32 leider raus. Gegen Dark. Dann King of the Hill. Weekly von Moe C. Und da haben wir Moja. Der gewinnt eine Map gegen Acht und unterliegt dann gegen Hon Mono. Und wir haben Foyumi, der einmal rein darf, aber gegen Geralt leider direkt wieder rausfliegt. CSO Cup Nummer 54. Auch hier Foyumi mit dabei. Gewinnt seine ersten beiden Spiele. Äh, Quatsch. Gewinnt sein erstes Spiel, verliert sein zweites Spiel. Und im Spiel um Platz 3 gewinnt er dann wieder. Also dritter Platz hier für Foyumi. Baselis Big Brain Bouts. Da haben wir Hero Marine auch dabei gehabt. 3 zu 1 Sieg gegen Clem ist hier das Ergebnis für ihn. Und dann haben wir noch die guten alten Zeitverschwendungsserien. Turnier Nummer 4. Auch einige Namen. Wahrscheinlich kennen wir sogar alle Namen, die dabei sind. Nämlich Fenrek, der gewinnt. Gruben Hubert wird Zweiter. Dann haben wir Mech, der Dritter wird. Giffel wird Vierter. Und dann haben wir noch MC Gollum. Und GFG mit dabei gehabt. Und, ja. Einige Leute, die man kennt. Und dann bin ich auch hier durch. Mit den Ergebnissen von dieser Woche. Wie immer natürlich der Hinweis. Ich weiß nicht, ob es vollständig ist. Wenn ihr noch Turniere habt, wo ihr mitgespielt habt. Wo Clanmates oder wer auch immer mitgespielt habt. Dann postet die gerne in den Ergebnisse Channel. Und dann kommen sie nächste Woche mit rein. Und dann war es das jetzt von dieser Stelle. Die Ergebnisse sind durch. Und, ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Guten Start in die nächste Woche, Leute. Lasst euch nicht ärgern. Und haut rein. Das geht jetzt auch vielleicht mal. Das kann ich mich an. Ich danke dir. Ich möchte euch nicht mit dem. Warum ist echt nicht? Was ist eure